Was hältst du davon, wenn ich einen Artikel schreibe, der heißt Warten auf Romy, in dem es darum geht, auf Romy Schneider zu warten, die letztendlich nie erscheint? Romy? Ich darf in diesem Ort nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht lachen. Nichts. Du ziehst es wirklich durch. Ich bin sehr beeindruckt. Wollen wir anfangen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Gut. Wo kommen Sie her? Ich wusste nicht, dass Sie ein Interview mit mir führen wollen. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Juhu! Ich versuche gerade, aus so einer Art Zwangsjacke auszubrechen. Sag alles ab. Schick sie einfach alle zur Hölle, Romy. Es hätte alles irgendwie besser laufen können mit meinem Leben. Im Moment sind Sie down. Aber das geht vorüber. Weißt du, Romy hat mich wirklich berührt vor allem. Alle sind von Romy Schneider berührt. Du bist da nichts Besonderes. Was machst du hier? Ich halte Wache, Labelle. Du bist Madame Sissi. Nein? Ich bin Romy Schneider. Ich bin Sissi. Untertitelung des ZDF, 2020